Tja, da sind wir wieder, die Hermannstraße 141 in Berlin-Neukölln. Heute habe ich hier was billiges für euch. 77 Euro, ein Silent Bass von Yisheng, Gingseng nicht, aber Yisheng ja immerhin. Also das Ding, das Akkus ist schon ganz gut und man hat halt wirklich nicht viel zu schleppen und ist halt ein Bass. Und so weiter geht er immer wieder, wenn er mal Bass spielen kann. Also wenn ich soweit bin, dann spiele ich euch mal auch was vor, aber jetzt geht es hier um den Bass. Leichtbau, chinesisch natürlich, mit Batterie, kannst du auch mit Kopfhörer spielen und kommt immerhin was raus und das ist doch schon mal was wert. Oder noch besser, Sonny Bono lässt grüßen. The beat goes on. Also vergesst nicht Hermannstraße 141, Berlin-Neukölln. Ich bin jetzt eigentlich immer öfter da. Ciao.